Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem Ratgeber zum WORX Akku Rasenmäher WG779E. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses Gartenwerkzeug für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zu diesem Akku Rasenmäher aus dem Hause WORX unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Viele Leute sind sich unsicher, ob ein Akku Rasenmäher die richtige Wahl für die Rasenpflege ist. Sie haben einfach das Vorurteil, dass da viel weniger Power bei rumkommt im Vergleich zum benzinbetriebenen Rasenmäher. Allerdings kann ich dir sagen, dass die inzwischen auch schon recht leistungsstark geworden sind, die Akku-Mäher. Klar, am Anfang waren sie vielleicht jetzt noch nicht so das wahre, aber die Technik entwickelt sich ja auch immer weiter. Und dieses Angebot hier aus dem Hause WORX macht auf mich wahrlich einen sehr guten Eindruck. Gerne können wir uns auch noch ein paar Produkteigenschaften zu diesem Rasenmäher noch genauer anschauen. Hohe Schnitt-Effizienz Mit der IntelliCut-Technologie kann der elektrische Rasenmäher trotz dichten Grases oder des Mulches immer stabil laufen. Stell einfach den Regler auf Power für harte Stoffe oder auf Quite für Normalzustand ein. Ein Hebel-Schnitthöhenverstellung Der WORX Rasenmäher stellt sechsfache Schnitthöhen von 20 cm bis 70 cm zur Verfügung, womit du den Rasen deinen Bedürfnissen entsprechend zu einer erwünschten Höhe mähen kannst. Raum sparen Mit dem Faltwagengriff kannst du den Mäher leicht in einem kompakten Raum lagern, wenn du ihn nicht benötigst. Praktisch, der WORX Rasenmäher ist mit allen WORX 20 Volt Akkus kompatibel, Lithium-Ionen-Akku für eine hohe Kapazität und geringe Selbstentladung. Ja, das wirkt auf mich nach wie vor nach einem sehr soliden Angebot, weshalb ich diesen wertigen Akkumäher aus dem Hause WORX auch definitiv weiterempfehlen kann. Auch die Kundenrezensionen fallen hier sehr, sehr positiv aus. Wenn du noch Erfahrungen zu diesem Rasenmäher suchst, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die Kundenrezensionen genauer anzuschauen. Wie bereits gesagt, soweit fallen sie sehr, sehr positiv aus. Ja, auf mich wirkt dieser Rasenmäher wirklich hervorragend, weswegen ich ihn auch in der Tat weiterempfehlen kann. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir ein paar nützliche Tipps mit auf den Weg geben konnte. Ich wünsche dir eine wunderbare Gartensaison mit angenehmem Klima. Alles Gute, ciao. Achso, das Amazon-Angebot zu diesem Mäher findest du unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit, ciao.